Servus, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Rise of the Tomb Raider. Ich grüße euch, hallöchen Freunde. Ja, heute sind wir hier beschäftigt. Ja, wir müssen hier noch leider ein paar Flaggen besorgen. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen was kaputt machen, ja. Muss noch alles kaputt gemacht werden. Haha. Ah, Freunde, herrlich. Einfach nur herrlich. So, warte mal, jetzt nehme ich hier ein bisschen was mit. Jetzt muss ich nämlich erst mal schauen. Jetzt kann ich auch gleich das Gelump da oben, guck mal hier. Das Gelump da oben, das können wir jetzt mitnehmen. Da, pass mal auf. Ey, nein, so nicht. Da. Aha, guck, da. Sehr schön. Besser Ausrüstung. So, das haben wir nämlich dann. So, jetzt guck ich erst mal hier weiter, was hier eventuell noch zum Sammeln ist. Okay, 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 oh. Gegner? Sind hier? Da ist ein Gegner. Hm. Genau. Moment. Bewegung. Boing. Hab dich. So, du bist Geschichte. Sonst noch irgendwo einer? Nö. Alles klar. Sehr schön. So, pass mal auf. Er hat mal den hier ausgeräubert. Ja, den hier auch ausgeräubert. Sehr schön. Haben wir. Uh, 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 uh. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hoch, Freunde. Jetzt müssen wir nach oben kommen. So, jetzt gehen wir hier entlang. Uh, warte. Kann ich, kann ich hier auch hoch? Kann ich hier... Geht das auch? Nein? Okay. Aber hier komme ich hoch. Haha. Pass mal auf. So, zack. Sehr schön. So, da hoch. Alles klar. Und jetzt sind wir hier, Freunde. Cool. So, hier war ich ja schon mal gewesen. So, jetzt müssen wir noch die Flacke wegmachen. Pass mal auf. Das hier kann ich jetzt durchschneiden. Hahaha. Boing. Weg mit. So, Freunde. So kommt nämlich jetzt eins zum anderen. Ja? Das ist cool. Ha. Guck mal. Kann ich vielleicht von hier auf schon die nächste Flacke sehen? Irgendwo? Ha? 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 Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo eine Flacke, die ich abschneiden kann, oder? Ach, da hinten. Da hinten ist noch eine Flacke. Da, 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 da. Machen wir erstmal hier runter. So, warte. Seht ihr? Da. Punktefänger. Dankeschön. Habe ich auch jetzt. Ha, Freunde. Hier. Alles erledigt. Alles erledigt. Sehr schön. Okay. Ha. Jetzt ist dort noch eine Flacke. Jawohl. Dann haben wir hier noch diese Wolfshöhle. Da müssen wir dann auch noch rein, Freunde. So, pass mal auf. Jetzt müssen wir hier rüber. Da, 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 da. Sehr schön. Warte. Erstmal die Flacke. Freunde, wir machen erstmal die Flacke. Die ist jetzt wichtig. So, und dann gehen wir da rein. Ha, ha. Und dann auch die Wolfshöhle. Ah, Freunde, ich liebe es. Ich liebe es. So, alles klar. Hier auch durchschneiden. Dankeschön. So, Freunde. Jetzt fehlen nur noch zwei Flacken. Muss ich noch rausfinden, wo die dann sind. Da oben ist noch eine. Ha. Da oben ist noch eine. Cool. Cool. So, okay. Jetzt gehen wir aber erstmal da hin. Bitte einmal nach unten. Dankeschön. Ey. Dara, bitte nach unten. Was machst du denn? Geh jetzt runter. Dankeschön. Sag mal. So. Okay. Ähm, okay. Muss ich erstmal herstellen. Dankeschön. So. Boing. Weg mit. Weg mit. So. Was haben wir jetzt hier? Okay. Hier liegt schon mal nichts rum. Ah, da ist eine Kiste, Freunde. Da ist eine Kiste. Da, 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 da. Schrotflinte freigeschaltet. Dankeschön. Ja, aber. Ja. Ich hab sie ja schon. Ich hab sie ja schon. So. Und hier gibt's keine Münzen drin. Oh, das ist Betrug, Freunde. Das ist Betrug. Ja. Absoluter Betrug. Hm. Schade. Aber macht nichts. So, Freunde. Ich würd sagen, jetzt erstmal Wolfshöhle. Und dann holen wir uns noch die andere Flacke da oben am Berg. Oh, warte. Wir gehen schnell zur Wolfshöhle. So. Aber hier müssen wir uns auch nochmal umgucken, Freunde. Ja, hier könnten auch noch überall Sachen sein. Ja. So, okay. Wir rennen jetzt erstmal hier entlang. Was sind das? Was war denn das da oben? Ah. Oh. Ha. Hab dich. Oh, cool. Nochmal so einer. Cool. Habe ich drei von diesen Fällen bekommen. Hm. Das ist ja mal cool. So. Okay. Freunde, jetzt Wolfshöhle. Jetzt ist die Wolfshöhle dran. Ich muss ja mal kurz gucken, wo der da eingegangen war. Der war hier. Sehr schön. So. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich bin nämlich hier nicht alleine. Oh, ja. Dankeschön. Hm. Cool. Aber waren hier nicht noch Wölfe drin gewesen? Ich kann mich erinnern. Ich bin damals hier reingegangen. Ja. Und da waren hier drin Wölfe. Die haben mich dann angegriffen. Ja. Okay. Cool. Cool. So, Freunde. Ich habe noch eine Karte entdeckt. Ja. Da war noch eine Karte. Ich höre was laufen. Ich höre was laufen. Okay. Gehen wir wieder raus. So. Mal gucken. Was ich event... Oh. Da ist noch was zum Lesen. Da ist noch was zum Lesen. Da ist noch was zum Lesen. Okay. Da muss ich natürlich noch hoch, Freunde. Das habe ich noch nicht gelesen. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich es gelesen habe. Was? Warum gehst du in Entdeckung? Warum gehst du in Entdeckung? Dara, was ist los mit dir? Ha? Was ist los mit dir? Moment. Zack. Und zack. Alles klar. Hier. Habe ich noch nicht gelesen. Haha. Seht ihr? Das habe ich jetzt auch. So. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier noch was vergessen habe. Das wäre jetzt ärgerlich. Aber irgendwas zeigt er mir hier gerade an. Sie ist so auf Dings gerade. Ja. So auf Dings. Dings. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum sie das gerade macht. Ich kann gerade kein Gegner erspähen. muss man nicht verstehen, oder? Muss man jetzt nicht verstehen. Okay. Müssen wir nicht verstehen. Ist in Ordnung. so. Nein. Geht nicht in die Höhle. Die Höhle ist doch besetzt, oder? Ist die Höhle nicht besetzt? Ist diese Höhle nicht besetzt, ha? Oder sind die schon wieder weg? Ah, die sind glaube ich schon wieder weg, ne? Aha. Guck mal, die haben sich wieder dünne gemacht. Aha. Die sind nicht mehr da. Okay, alles klar. Sehr schön. Die haben sich wieder aus dem Staub gemacht. Okilidokilis. So, okay. Okay, okay. Ah, hier, das Ding wollte ich noch lesen. Genau. Genau. Warte mal. Die Grammatik ist etwas primitiv, aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Oh. Münzverstecker entdeckt. Ja. 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 Cool. Cool. Okay, da ist noch ein Artefakt. Wie kommt denn da jetzt ein Artefakt hin, hä? Okay, Freunde, wir gehen jetzt mal da hin. So. Wegweiser setzen. Oh, und da ist auch noch eins. Oh, warum ist jetzt da auch eins? Ja, wie ist es mich für euch hier, oder was? Okay. Freunde, wir haben wieder Arbeit. Wir haben wieder Arbeit. So, einmal hier rüber. Dankeschön. So. Freunde, Münzverstecke. Ganz wichtig. Münzverstecke sind immer ganz wichtig. So. Da kann ich mir nämlich die komplette Ausrüstung nämlich leisten. So. Warte, warte, warte. Hier. Da ist es. Dankeschön. Wie viel ist da drin, ne? Hoffentlich viel. 15 Stück. Jawohl. Cool. Cool. So, okay. Wo war das nächste Münzversteck? Das nächste Münzversteck ist hier. Alles klar. Wegweiser setzen. Dankeschön. So. Wo müssen wir genau hin? Da müssen wir hin. Alles klar. Da ist das Münzversteck. Sehr schön. So. Da oben. Da oben muss ich hin. Wow. Ey. Nein. Na. Autsch. Aua. Ah. 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 Weg. Weg. Macht nicht sowas. Okay. Zwei habe ich erwischt. Zwei habe ich erwischt. Aha. Ja. Genau. So. Drei habe ich erwischt. Ich glaube, es geht euch zu gut. Ja. Mich einfach hier anzugreifen. Ich habe euch nichts getan. So, Freunde. Jetzt hier hoch. Komm mal auf. Ey. Lehrer, bitte. Bitte ordentlich, ja? So. Alles klar. So. Warte mal. Wo ist es? Das ist weiter oben. Okay. Das ist noch weiter oben. Cool. Cool, cool. So. Einmal hier rüber. Dankeschön. So. So. Da. Da links neben mir. Da müsste es sein. Und. Buff. Ey. Der war. Loslassen, bitte. Da. Da ist es. Ha. Hab dich. Hab dich. Cool. So. Okay. Münzversteck ist jetzt hier keins mehr. Aber da, Freunde. Da müsste noch ein Artefakt sein. Ein Relikt. Eine Relikt. So. Jetzt gucken wir mal, wo das sein soll. Das ist da. Echt jetzt? War ich da nicht gewesen? Ha? War ich da nicht gewesen? Okay, Freunde. Wir gehen nochmal runter. Ich höre Bölfis. Bölfi. Bölfi. Da, 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 da. Ob ich es darüber an den Baum schaffe? Ui. Ja. Hab ich. Cool. So. Wollen wir jetzt nochmal? Hier. Okay. Da. Da muss das Relikt sein. Aber wo da? Hm? Da. Da ist es. Okay. 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 Warte. Und zack. Einmal hier hoch. Dankeschön. So. Ah, da ist es. Okay. Alles klar. Sehr schön. Hab ich. Okay. Erinnere dich. Okay. Haha. Alles klärtchen. Seht ihr, Freunde? Haben wir mich jetzt auch. Cool, ne? So. Okay. Was fehlt mir jetzt hier auf der Seite noch? Okay. Das ist dann hier nichts mehr. Aber hier. Direkt vor diesem Hülleneingang. Da, wo wir schon mal waren. Äh. Was ist das hier? Ach. Das war das mit dem Flaggen. Da fehlen uns noch zwei, Freunde. Da brauchen wir noch zwei. Okay. Alles klar. Kein Problem. Machen wir noch. Machen wir noch. So. Warte mal. Jetzt gehe ich erst mal her. Das hier weg. So. Jetzt nehme ich mich auf dem Weg gleich mit. Und dann machen wir nämlich gleich eine Schnellreise. Und dann werden wir nämlich noch schnell das andere Münchversteck holen. Dann gehen wir da hoch. Da holen wir nämlich dann die Flagge. Und dann gucken wir nämlich, was wir bei dem Kollegen da oben nämlich noch kaufen können. Ja. Ich bin scharf noch auf ein bisschen Ausrüstung, Freunde. Ich möchte gerne noch ein bisschen Ausrüstung haben. Aha. Oh. Bin nochmal gespannt. Wo könnte denn dann noch die letzte Flagge sein? Weil da oben ist auf jeden Fall noch eine. Die holen wir uns nämlich dann noch. Ja. Das ist nämlich dann kein Problem. Machen wir. Aha. Und dann brauche ich noch die letzte. Die müsste dann eigentlich auch irgendwo auf dem Weg sein. Oder? So, Freunde. Ah ja. Jetzt erst mal Schnellreise. Ja. Jetzt machen wir erst mal Schnellreise. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo genau muss ich hin? Das wäre dann wieder hier oben am Anfang. Da muss ich hin, Freunde. Okay. Alles klar. Alles klar. So. Cool. Ich habe hier einen Fähigkeitspunkt. Oh. Das ist mal cool. Aber wir machen jetzt erst mal Schnellreise, Freunde. So. Warte. Okay. Wo war das gewesen jetzt? Wo muss ich hin? Ha? Wo muss ich hin? Da muss ich hin, Freunde. Da. Das ist das Basislager, wo ich hin muss. Schnellreise. Jawohl. Dankeschön. Ja. Bitte. So. Dann gehen wir nämlich dann da in das Grab rein. Also das ist der Grabeingang, Freunde. Das ist nur der Grabeingang. Aber wie gesagt. Wir werden dann hergehen und holen uns da nämlich auch noch den Stuff raus. Ha. Cool. Also das Geld. Dann machen wir noch die Flagge. Dann nochmal zu unserem Händler. Ja. Zu unserem Schwarzhändler. Da holen wir uns noch ein bisschen Ausrüstung. Ja. Cool. So. Warte. Pass auf. Pass auf. Jetzt müssen wir hier. Zack. Und da unten war nämlich irgendwo der Höhleneingang. Da war so ein Dingsbums. Da so eine Nische. Da konnten wir durch. Oh. Papa. Wo warst du? Wo warst du gewesen? Da warst du gewesen. Ha. Cool. So. Hier müssen wir rein, Freunde. Schau mal hier. So. Und da direkt vor uns, Freunde. Da macht's blinke, blinke. Dankeschön. Cool. So. Münzverstecke. Cool. So. Jetzt gucken wir nochmal. Okay. Gräber abgeschlossen. Okay. Herausforderungen geschafft. Mir fehlt jetzt. Freunde, mir fehlen nur noch die. Oh. Und ein Dokument. Mir fehlt noch ein Dokument. Wo ist denn hier noch ein Dokument? Echt jetzt? Wo fehlt mir denn jetzt noch ein Dokument? Wo soll mir denn jetzt noch ein Dokument fehlen, ha? Ja, willst du mich verarschen, oder was? Hm. Hm. Freunde, wo soll hier noch ein Dokument sein? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ha? Ha? Mir fehlt noch irgendwo ein Dokument. Okay. Das finde ich aber herausfordernd. Das werde ich herausfinden. Aber wie gesagt. Jetzt müssen wir erst mal hergehen. Dann werden wir nämlich jetzt erst mal schauen. Ja. Wir gehen erst mal da oben zu unserem Schwarzhändler. Ah. Das gibt es ja nicht. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir hin. So. Wir müssen erst mal wieder nach oben. So. Moment. Das war hier gewesen. Genau. Da müssen wir hin. So. Alles klärchen. Und dann hier. Seht ihr, Freunde? Läuft. Wir sind ja ganz schnell. Ganz, ganz schnell sind wir da. So. Nein. Lera, du bist doof. Du bist so richtig doof. Ja. Das habe ich so nicht gesagt. Dass du das so machen sollst. Mann, 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 Mann. Okay. Alles klar. Warte. Jetzt hier. Schnelle Reise. Und dann hier. Direkt hier nach oben, Freunde. Wir gehen direkt hier oben zu unserem Dings. Zu unserem Schwarzhändler. Aha. Da gehen wir hin. Schnelle Reise. Jawohl. Dankeschön. Mal gucken, ob er schöne Sachen für uns hat. Ja. Also zumindest irgendwas, was wir uns leisten können. Weil viele Münzen kriegen wir ja nicht. Ah. Aber, Freunde, es gibt ja noch ein paar Münzbestecke. Ja. Also ich bin zuversichtlich, dass wir da ordentlich was zusammenkriegen. Na, komm schon. Laden, laden, laden. Sehr schön. Cool. Ähm. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte doch gar nicht hier hin. Oh. Ich wollte doch da oben zu meinem Händler. Wollte ich doch. Oh. Oh. Warum machst du denn jetzt sowas? Ha? Okay. Nochmal schnelle Reise. So. Warte mal. Wo warnt der jetzt? Wart der? Ist das hier der Händler? Ah, da oben. Ah, Freunde. Ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Warte mal. Hier ganz schnell. Dankeschön. Dankeschön. Ah, das ist, Freunde. Da ist doch das Zeichen mit dem Händler. Komm. Ist doch nur ein kleiner Stellungswechsel. Mann, 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 Mann. Freunde. Wenn der Doc mal wieder lost ist, ne? Lehrer hättest mich auch mal drauf hinweisen können, ja? Also ehrlich. So. Guten Tag. Hallöchen. Na? Alles fit? So. Spezialwerkzeug hab ich ja schon, ne? Das Spezialwerkzeug hab ich schon, Freunde. Guck mal. Jetzt nehm ich das hier. Jetzt nehm ich das hier. So. Guck mal hier. Dankeschön. Guck. Da. Laser Zielfernrohr. Jawoll. Dokili, Dokili. Was ist denn das hier eigentlich? Ha? Was ist denn das hier? Kommando Outfit. Will ich da? Ja, ich will das Kommando Outfit haben, Freunde. Ich will das Kommando Outfit. Dankeschön. hab ich gefragt, wann du das nimmst. Okay. Okay. Alles klar. Sehr schön. So, Freunde. Mal kurz das Outfit wechseln, oder? Das machen wir jetzt mal schnell. Pass mal auf. Okay. Warte. Ähm. Wie war denn das mit dem Outfit wechseln? Ich weiß es? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Okay. Erstmal die Fähigkeiten, Freunde. Was haben wir jetzt wieder an Fähigkeiten? 16, 16, 15. Okay. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. So. Was haben wir hier? Äh. Pfeilkletterer. Drücken Sie im Sprung F, um im Sprung breit, platt Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen zu rammen. Oh. Okay. Cool. Das heißt, ich muss das nicht mehr ganz so doll machen. Haha. Okay. Warte. Outfits. Da ist es. Warte mal. Wo haben wir jetzt das Kommando Outfit? Äh. Antike Vorhut. Das hier. Das hier. Kommando. Da. Kommando Outfit. Ha. Cool. Aber ich glaube, das wird ein bisschen kalt für Lehrer, oder? Wird das nicht ein bisschen kalt für dich? Ha? Okay. 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 Ja, man kann es nicht ändern, Freunde. Man kann es nicht ändern. Ist halt so, ne? Ist halt so. Okay. Sehr schön. Okay. Oh, warte mal. Hier. Baff. Gucken wir jetzt nochmal ganz schnell, was wir da machen können. Okay. Ich könnte meinen Bogen verbessern. Das könnte ich machen, Freunde. Was ist da jetzt? Verbesserte Cams. Äh. Die optimierten Cams verzögern das Abfallen der Zugspannung und ermöglichen eine erhöhte Haltezeit des vollständigen, gespannten Bogens. Okay. Ah, das ist das, was ich mir dann freischalten kann hier. In dem weiteren Rang, ne? Ho. 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 Okay. Okay. Ich gucke erst mal hier, was ich hier noch machen kann. Okay. Da nix. Da nix. Da auch nix. Okay. Doch, hier. Guck mal. Da. Da. Rückstoßstabilität. Das machen wir jetzt, Freunde. Guck mal hier. Cool. Oder? Cool. So. Bitte, bitte, bitte. Ähm. Okay. Warte mal. Ich muss mal hier kurz gucken. Welches könnte ich denn verbessern? Das hier könnte ich verbessern. Toll. Toll. Haha. Ist ja witzig, he? Ist ja witzig. Okay. Warte mal. Dann mach ich jetzt das hier. So. Hier. Dankeschön. So. Verbesserte Cams. Ah. Cool. Sehr schön. Und dann sammeln wir wieder Material, Freunde. Ja. Und dann ist alles wieder cool. Dann ist alles wieder cool. So. Was wollte ich jetzt eigentlich als nächstes machen? Genau. Die Flagge. Die Flagge wollte ich runterschneiden. Ja. Die muss weg. Ja. Die muss weg. So. Hier. Rund damit. Dankeschön. Jetzt muss ich noch rausfinden, wo die letzte Flagge ist. Wo ist jetzt noch die letzte Flagge? Können wir das von hier oben aus sehen? Wo vielleicht noch die letzte Flagge sein soll? Da. Da. Da ist die letzte Flagge. Hm. Ja. Hol ich mir. Oh. Hol ich mir. Dankeschön. 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 So. Pass mal auf. Wir müssen hier runter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ähm. Die war jetzt gewesen. Da. Da ist die Flagge, Freunde. Hm. Da ist die Flagge. Cool. Oi. Das tut doch weh, Lara. Pass doch mal ein bisschen auf. Ja. So. Hier. Zack. Herausforderung abgeschlossen. Cool. So. Was gibt es eigentlich hier noch? Ha? Konnte ich hier nicht auch mal irgendwie rein oder so? Ha? Hm. Hm. Da ist ich echt seltsam. Aber es gab hier auch jetzt keine irgendwie Sachen mehr, die ich einfach so sammeln konnte, oder? Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich jetzt hier schon überall gewesen bin. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass hier vielleicht noch irgendwo irgendwelche Dokumente waren. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. 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 Hier sehe ich auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Da unten. Weiß ich nicht, ob da was sein könnte, Freunde. Ich weiß nicht, ob da irgendein... Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Musst du aufpassen, Lara. Musst du aufpassen, ja? Du könntest dir was brechen dabei. Uh. Da unten. Guck mal. Ja, ihr werdet angegriffen. Von Lara. Oh, hab euch. Na, was macht ihr jetzt, hä? Was macht ihr jetzt? Ups. Oh, da unten ist aber noch so eine Pfeife. Bumm. Gute Nacht. Schön, dass wir drüber geredet haben. Über das Problemchen. Oh, herrlich. So. Hier dürfte ja eigentlich auch da nichts mehr gewesen sein, ne? So. Tun wir uns hier mal alles einheimsen, was die noch dabei haben. Dankeschön. So, cool. Danke. Sonst noch? Warte. Warte, warte, warte. Ähm, hallo? Hallo. Dankeschön. So. So läuft es. Cool. So, Freunde. Jetzt ist halt das große Problem. Ich weiß wirklich nicht, wo hier noch irgendwo irgendwas sein soll. Ja? Ich hab keine Ahnung. So. Hier ist nur Munition. Da oben weiß ich nicht, ob da irgendwas ist. Ich guck einfach mal. So. Vielleicht per Zufall finde ich ja vielleicht irgendetwas. Ja. Hier ist aber auch nix. Hier ist leider auch nix. Okay. Okay. Sehr schön. Okay, Freunde. Vielleicht müssen wir dann erstmal weitermachen. Ja, vielleicht wird ja dann hier im Laufe der Zeit noch irgendwas freigeschaltet. Auch wenn ich es nicht glaube. Auch wenn ich es nicht glaube. Ich muss halt mal gucken, Freunde. Vielleicht habe ich irgendwo eine Kleinigkeit irgendwas übersehen. Guck mal. Das sind weitere Gegner. Das sind weitere... Hey. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Cool, dass wir drüber geredet haben. Ne? Das ist Bescheid. Boah. Perfekt. Ja, Freunde. Lehrer ist Profi. Genau. So. Hier waren wir ja schon überall gewesen, ne? Hier waren wir schon überall gewesen. Das heißt, hier kann ja eigentlich theoretisch nichts mehr sein, oder? Hier kann doch eigentlich nichts mehr sein. Boah. Okay. Ich gucke mal schnell auf die Karte. Weil... Hier zeigt er mir zumindestens nichts mehr an. Auch dokumentenmäßig nicht. Ja, Freunde. Muss ich einfach mal gucken. Vielleicht habe ich wirklich tatsächlich irgendwo was vergessen oder übersehen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schauen wir noch. Finden wir noch raus. Das finden wir noch raus. Freunde. Aber wir machen jetzt erstmal hier an dieser Stelle Feierabend. Ja. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.